so dann mache ich mal hier schon mal den allerersten tisch ja den tisch 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 der kommt dahin und der kommt dahin so hier stehen schon so ein paar sachen die zur theke raus können oder zu den kunden ja also ein paar bilder könnte man auch noch gucken ja nee wir lassen mal die bilder erst mal weg vor allem momentan ist es sich auch noch ressource technisch ich bin momentan in finalen arbeiten eigentlich fehlen nur noch ein paar bilder bei den bilder sind momentan ein paar platzhalter bilder drin weswegen ich jetzt auch noch keine platziere weil die sich gegebenenfalls auch noch ändern und das cool aus eigentlich müsste man hier zu pisten tische machen kann man aber kann man was drauf platzieren teppiche und köpfe wird ja eigentlich reichen wenn man wenn man redstone kerze oder so haben möchte müsste man die dann mit welted it platzieren mein hals ist ganz schön am kratzen gerade kratz 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 innen nehmen wir immer noch holz ne als wandverkleidung ja da müssen wir auch gleich noch mal gucken ob wir da vielleicht ein paar zu treppen machen und die gegebenenfalls ein bisschen spannender zu gestalten ich mache jetzt einfach erstmal eine gerade wand hoch dann wird auf jeden fall noch irgendwas hinkommen und wenn es dann später die bilder sind die piste und die 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 was hast du außen für die stützen genommen fichtenholz mache ich das ja auch und da ist ein tisch was ganz lustig ist also wir entwickeln hier gerade komplett diesen dieses diese taverne außen ja außen nichts ohne uns irgendwie groß abgesprochen zu haben das einzige was wir wie gesagt am anfang gemacht haben oder gesagt haben ist es wird ein t und das dach wird steiler als 45 grad und äh lass mal was anderes machen als äh diesen typischen ähm was was in salzwacht äh zu sehen ist ich mache mal hier auch noch mal so in den ecken nägeln das habe ich bei einer anderen ta ähm taverne oder bei einem wirtshaus gesehen äh was der goran es kürzlich fertiggestellt hatte der hat äh nägeln in die ecken gemacht an den unterseiten das fand ich ganz cool wo geht's rein hier was wir auf jeden fall noch machen müssen später ist hier äh der bereich was habe ich in den ecken gemacht ach die ist schon offen äh der bereich hier vor vor dieser ähm tür vor dem eingang da müssen wir vielleicht gucken ob wir da noch irgendwie entweder das über dachen noch irgendwie terrassenmäßig oder auf jeden fall irgendwie noch so einen kleinen vorplatz machen ja ja das sieht geil aus so jetzt die große frage wir kriegen hier noch ein ich würde sagen zwei Tische hin oder also hier hinten in der ecke kann ein Tisch hin vielleicht sogar zwei also wir müssen so ein bisschen gucken äh manche Tische kann man einfach so hier ist der Forever Alone Tisch zum Beispiel hast du da Blöcke reingebaut oder Fackeln halt für die Pistons als Powerquelle äh Blöcke äh hier können wir nämlich hier vorne einfach so'n äh so'n Ecktisch machen ja guck mal so Forever Alone ist er auch nicht der ist ein bisschen größer Kerzen kann man da echt nicht draufpacken ja da muss man vielleicht mal gucken mit WorldEdit schade ey hier fehlt um eine Breite hier um eine Breite was? um eine Breite würde ein dritter Tisch reinpassen Egal muss mal hier kurz gucken ne die ploppt sofort ab die generiert nicht mal die Redstone Torch so ja du kannst ja jetzt hier äh oh was wird das? hm äh für die Eisentrittplatten ach äh Falltüren ach so aber was die Blöcke gehen nicht weil die nur indirekt powern ne? äh ja das wird glaube ich nicht funktionieren aber das klappt hier grad auch nicht ja da musst du noch aktualisieren ah okay das checkt er nicht so eins zwei und hier machen wir mal wenn man grad mal ein Fan braucht aber der halt äh direkt die Zufallsgrafik hat die man nicht will ja das war ja immer so ähm noch ne weitere Sache bezüglich des Ressource Packs die ich eigentlich auch äh unbedingt erwähnen will ist dass ähm ich habe schon vor einigen Monaten ähm mich ein wenig aufgeregt und erzählt gehabt dass äh Optifine entsprechend einfach aufgrund des ja das das hinkt quasi über ein Jahr wenn nicht sogar fast zwei Jahre an CTM Support hinterher im Gegensatz zu MC Patcher von den ähm Sachen die möglich sind zum einen beziehungsweise Sachen die ähm ähm ja die Methoden angeht also ähm ähm ihr wisst ja vielleicht seit 1.8 gibt es für den User keine ähm Metadaten mehr also äh die Sub-IDs und äh Code intern existieren die noch allerdings auch wirklich nur für die Sachen die wirklich existieren also nicht irgendwie Sonderblöcke ähm und das 1.8 Pack entstand ja eigentlich aus dem Hintergrund äh dass es halt für 1.8 auch gemacht wird entsprechend habe ich auch für MC Patcher äh aktuelle Methoden genommen die aber äh Optifine nicht gecheckt hat und aus dem Grund habe ich mich dann äh das ist jetzt schon bestimmt zwei Monate her dafür entschieden gehabt ey Optifine supporte ich nicht mehr offiziell das ist auch immer noch der Stand also ich werde jetzt nicht irgendwie ähm wenn jetzt was Neues bei MC Patcher raus ist was wirklich neu ist ähm werde ich da jetzt nicht unbedingt sagen okay ich mach's jetzt nicht weil's Optifine nicht checkt aber ähm da jetzt die Sachen die im Pack sind eigentlich auch in 1.7 möglich waren hab ich das jetzt das Pack äh in der Nacht und Nebelaktion ähm über mehrere Stunden lang ähm ja wieder 1 äh was heißt 1 äh Optifine kompatibel gemacht äh soweit es möglich war das betrifft eigentlich auch fast alles das einzige was halt anders ist als bei MC Patcher ist zum Beispiel was auch schon vorher so war dass der Zufallsalgorithmus für Random Kram ein anderer ist als ähm bei MC Patcher das heißt wenn ich jetzt äh bei Gravel zum Beispiel haben wir hier vorne einen Kies äh in MC Patcher das was ich gerade nutze ihr seht hier ist ein Stück Gras das wäre in ähm in Optifine vielleicht da nicht sondern woanders und das gleiche halt für andere Sachen die per CTM Zufall äh gesetzt worden sind ähm dazu muss man aber sagen es gibt einen Unterschied zwischen dem CTM Zufall und dem Vanilla Minecraft Zufall ja genau das heißt die Tools zum Beispiel oder die Teller die wir gerade hatten oder die Teller die werden nicht durch CTM Zufall sortiert sondern durch den Minecraft selber ja ja genau weil es ein Blockmodell betrifft wo ich halt äh also selbst wenn ich hier keine MC Patcher oder Optifine nutzen würde wäre ich hier trotzdem ein zufälliger Teller und aus dem Grund ähm ist eigentlich der Support oder der ähm das alles egal ob man jetzt MC Patcher oder Optifine nutzt dass es gleich aussieht eigentlich schon mehr gegeben als ähm als noch zu 1,7er Zeit ich mach mal hier kurz die Deckenbalken auch nochmal etwas anders damit das sich angleicht mit dem was du da baust und ja also jetziger Stand ist Optifine kompatibel ähm ja so weit es halt äh wieder ging ähm und ja ich hoffe dass dass dennoch Optifine oder der Entwickler von Optifine da irgendwann nochmal äh aktuellere Methoden zulässt denn es sieht jetzt bei MC Patcher im Launcher ein bisschen komisch aus wenn er da ein paar Warnungen ausspuckt von wegen dass ein paar Methoden veraltet sind äh ja gut ich denke mal mit äh mit Hinweisen kann man besser arbeiten als mit Warnungen und Fehlermeldungen bei Optifine äh ja das nur dazu 1 2 3 1 2 3 aber ich glaube so weiter brauchen wir es jetzt auch nicht auszuführen nö nö das äh soll es gewesen sein zu dem Thema ich muss jetzt gerade mal kurz gucken du hast hier vorne hast du den erweitert und den hochgebaut ja äh hier den habe ich hochgezogen bin selber gerade am gucken wie ich das gemacht habe und dann ups da müsste das hier 3 und 3 und wir müssen auf jeden Fall schauen dass äh ich habe gerade gesehen die der Boden hier über der Küche der kollidiert falls man hier jetzt ein Fenster machen will und das würde ich auf der Seite zumindest kollidiert der Einfläche kollidiert der ein bisschen das heißt wir müssen uns überlegen wie wir sie ja gut wir können hier allgemein vielleicht äh ja da machen wir die Fenster halt höher wo du hast hier hast du es ja schon so gemacht ja gut das muss ja nicht überall so sein aber das hast du erzählt hier mit den MC Patcher Anzeigefehler hier mit den Connecten oder ja aber auch nur wenn es volles CTM ist also das hier zum Beispiel ist bei mir ach ne weil es ein Glasblock ist ja Glasblöcke Connecten Glasscheiben nicht ich wollte gerade sagen hä 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 okay ich mache da noch mal hier kurz eine etwas breitere Schutzfläche so ich denke mal hier hinten sind wir schon eigentlich fertig bis auf ein paar Bilder die nachgereicht werden dann jetzt drei Tische eigentlich bräuchten wir so ein bisschen was wie eine Art Theke noch das ist immer so ein bisschen komisch wenn der wie sieht es aus hier auf der linken Seite wo bist du hier wenn wir hier irgendwie so ein Bereich brauchen ja irgendwas was muss es geben und wenn der jetzt nur so drei Blöcke breit ist dann können wir auch eigentlich äh was ja okay heißt theoretisch Moment ich nehme anderen ne warte hier das dunkle Holz also oh ja äh pack ja genau das wollte ich gerade machen so und jetzt ähm was man allerdings noch schon für Bilder platzieren kann sind die die wir schon vollständig haben oder also sowas wie die Schubladen und so ein Quatsch ja ja so achso hast du schon getroffen oder was ja erster Versuch dann äh was gibt es hier okay nehmen wir mal so einen leeren vielleicht so eine Truhe so als Kasse ja ja genau so als Kasse dann auf der anderen Seite des Kamins mache ich mal so ein genau das finde ich das ist auch finde ich eine ganz coole Design Idee also einfach nur mal hier so so ein Holzstapel mit kleinen Köpfen und weil der Grünturm wahrscheinlich hier zum besten passt ich wollte gerade sagen da wäre cool Laub so nah am Kamin so nah am Kamin Respekt ich mache einfach noch mal weil es ich denke mal äh der Abwechslung gut tut hier so einen anderen Holzboden rein hinter der Kasse oder hinter der Theke so einen anderen Holzboden rein so einen anderen Holzboden rein und hinter der Kasse das ist ja das ist ja das ist ja Bis zum nächsten Mal.